Bietet der Atlas irgendeinen Schutz gegen Umwelteinflüsse? Wenn nicht, kann ich einen Erkundungsanzug tragen, während ich ihn steuere? Der ATLS bietet keinen Schutz gegen Umwelteinflüsse. Aber es gibt derzeit keine Einschränkungen, was du im Pilotensitz tragen darfst. Dies ist jedoch nicht die langfristige Absicht, die für alle Fahrzeuge gilt. Bietet der Atlas meinem Charakter irgendeine Panzerung oder beeinflusst er meine Trefferbox? Zählt also ein Schuss in die Brust als Schaden gegen den Atlas oder gegen meinen Spielercharakter? Für die erste Version ist der ATLS unverwundbar. Aber alle Kugeln, die den Spieler treffen, verursachen den gleichen Schaden wie sonst auch. Zum Beispiel verursacht ein Schuss in den Arm des Spielers weiterhin Schaden am Arm, einschließlich der zugehörigen Multiplikatoren. In einer zukünftigen Version werden wir Schadensmodelle, visuelle Schadenseffekte und Zerstörung hinzufügen, sodass der ATLS nicht für immer unverwundbar bleiben wird. Hat der Atlas irgendeinen Stauraum? Nein, der ATLS hat keine Lagerkapazität. Ist der Atlas mit hellen Scheinwerfern ausgestattet, um das Arbeiten bei Nacht zu ermöglichen oder mit rotierenden Warnleuchten für Sicherheit und das zusätzliche industrielle Flair? In der ersten Version wird die Lampe an Deinem Helm die einzige künstliche Lichtquelle sein. Wir beabsichtigen jedoch, in einem zukünftigen Update Lichter zum ATLS hinzuzufügen. Gibt es austauschbare Fahrzeugkomponenten wie Stromgenerator, Traktorstrahlen usw., um den Atlas anzupassen? Lackierungen werden unterstützt. Aber Fahrzeugkomponenten und der Traktorstrahl sind in der ersten Version nicht anpassbar. Wir planen, den ATLS mit der Ressource-Network-Funktion zu aktualisieren. Wahrscheinlich mit einer Batterie, die physisch ausgetauscht werden muss. Wie schnell bewegt es sich? Wird es meine maximale Laufgeschwindigkeit erhöhen? Nein, es ist ein relativ langsamer Mech. Beim Gehen entspricht er ungefähr der schnellen Geschwindigkeit eines Spielers. Beim Sprinten liegt die Geschwindigkeit des Atlas zwischen der schnellen Geh- und langsamen Laufgeschwindigkeit eines Spielers. Dieser erste Kraftanzug ist dafür ausgelegt, Hangars zu durchqueren und Fracht zu bewegen. Nicht, um in den Kampf zu stürmen oder die Wildnis zu erkunden. Kann es springen und reduziert es meinen Fallschaden? Der Atlas kann nicht springen. Angesichts seiner Rolle könnte sich das in zukünftigen Versionen ändern. Aber zukünftige Kraftanzüge, die mehr auf Kampf oder Erkundung ausgelegt sind, könnten das Springen unterstützen. Derzeit erleidet man keinen Fallschaden, da er unverwundbar ist. Es sei denn, du stößt irgendwie mit dem ungeschützten Kopf beim Fallen gegen einen Felsen. Wie verhält es sich im EVA? Der Atlas hat keine Bewegungsfähigkeit im EVA. Im schwerelosen Raum kann der Atlas nur verlassen, aber nicht betreten werden. Unterscheidet sich die Traktorstrahlmechanik des ATLS von der des tragbaren Traktorstrahlgeräts? Ja, als spezieller Frachtlader bewegt der Traktorstrahl das Ziel automatisch in die Nähe des Nutzers, was es einfacher macht, die Umgebung zu überblicken. Ein Zielvorschau-Hologramm wird in der Umgebung angezeigt, wohin der Nutzer zielt, wobei eine Farbkennzeichnung entweder ein Frachtgitter oder eine Oberfläche anzeigt. Das Ziel des Traktorstrahls wird automatisch an die Stelle des Hologramms bewegt, wenn der Feuerknopf gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellere Frachtbewegungen und eine schnellere Auswahl des Frachtgitters mit Einrasten aus größerer Entfernung. Ein sekundärer Feuermodus mit der rechten Maustaste ermöglicht es, das Ziel des Traktorstrahls anstatt es zu platzieren, zu werfen. Eine Ladefunktion erhöht die Wurfstärke, je länger die Eingabe gehalten wird. Beim Zielen auf Schiffe oder Bodenfahrzeuge wird die typische Traktorstrahlfunktion verwendet, um kleinere umgestürzte Fahrzeuge zu drehen und abzusetzen. Kann ich einen anderen Spieler mit dem ATLS verletzen, indem ich ihn schlage, ramme oder auf ihn falle? Kann ich meine Feinde töten oder andere verletzen, indem ich Frachtcontainer auf sie werfe? Der Atlas bewegt sich nicht schnell genug, um Schaden zu verursachen. Wenn du es schaffst, auf jemanden zu fallen, könnte es in normaler Schwerkraft genug sein, um ihn zu töten. Das erfordert jedoch einiges an Aufwand, möglicherweise durch ein schwebendes Schiff oder eine abgesenkte Rampe. Es wird nicht empfohlen, Frachtcontainer auf andere zu werfen, da dies zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Kann ich jemanden mit meinen FPS-Schusswaffen z.B. Pistole angreifen, während ich den Atlas steuere? Nein, die einzigen anderen Aktionen, die während der Steuerung des ATLS möglich sind, sind der Zugriff auf das Mobiglas und das Abwischen des Visiers. Können mehrere Atlas-Piloten zusammenarbeiten und schwere Objekte bewegen, wie z.B. kleine Raumschiffe? Aufgrund der Funktionsweise des neuen Traktorstrahls zum Laden von Fracht ist eine gemeinsame Anstrengung zum Bewegen von Frachtkisten nicht möglich. Aber beim Anvisieren von Schiffen und Fahrzeugen können die Kräfte mehrerer Strahlen kombiniert werden. Zählt der Anzug als Fahrzeug und kann ich einen Versicherungsanspruch am Aesop-Terminal Geld machen, wenn er zerstört wird? Der ATLS kann an einem Aesop-Terminal abgerufen werden, wenn er aufgegeben oder anderweitig verloren gegangen ist. In zukünftigen Versionen, wenn der ATLS nicht mehr unverwundbar ist, werden Versicherungsansprüche für einen zerstörten ATLS möglich sein. Kann ich beim Steuern eines Atlas Personenaufzüge benutzen, durch Landezonen spazieren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um einen Raumhafen zu verlassen? Nein, der ATLS passt nicht in Aufzüge. Daher musst du ihn über den Innenraum eines Schiffes transportieren, um ihn an einen Ort zu bringen, an dem du ihn verwenden möchtest, sofern dein Schiff groß genug ist. Hangars und Frachtaufzüge sind die bevorzugte Umgebung für den ATLS. Kann ich mein Atlas im Hangar eines Gruppenmitglieds spawnen? Das ist mit der Möglichkeit verbunden, Bodenfahrzeuge über Frachtaufzüge zu spawnen. Dies ist geplant und wird gerade entwickelt, sodass du, sobald es funktioniert und veröffentlicht ist, dein ATLS im Hangar eines Gruppenmitglieds spawnen kannst. Dies ist jedoch noch in der Entwicklung und hat kein Veröffentlichungsdatum. Angenommen, der ATLS wird wichtig für den Alltag eines Frachtpiloten. Wie transportiere ich ihn von A nach B, wenn ich kein Fahrzeug mit einer Bordgarage oder einem internen Frachtraum habe? Wenn der Atlas in dein Schiff passt, kannst du ihn hineinlaufen und dann verlassen, sodass er im Inneren deines Schiffes bleibt. Andernfalls benötigst du ein größeres Schiff. Kann ich den ATLS mit einem tragbaren Traktorstrahl, einem Schiffstraktorstrahl oder einem anderen ATLS anheben? Ja, es gibt einige bekannte Probleme, die noch bearbeitet werden, aber es funktioniert. Benutzt der ATLS Batterien oder Treibstoff? Wie lade ich ihn auf oder betanke ihn? Für die erste Version benötigt der Atlas keinen Treibstoff oder Batterien für seine Fortbewegung oder den Traktorstrahl. Wir beabsichtigen, in einer zukünftigen Version eine austauschbare Batterie mit der Ressource-Network-Funktion einzuführen. Es gab kürzlich Balanceänderungen am Multitool und dem speziellen Traktorstrahlen. Mit dem Start des ATLS und seinem neuen Traktorstrahl-Typ ist die aktuelle Balance dieser Traktorstrahlen repräsentativ für die Zukunft des Spiels oder sind weitere Änderungen geplant? Wir haben Pläne, die Balance weiter anzupassen. Das Multitool und die speziellen Traktorstrahlen waren immer als die schwächsten Traktorstrahlen im Spiel gedacht, um Rätsel zu lösen, kleine Fracht zu bewegen und kooperatives Spielen zu ermöglichen. Es gibt jedoch einige Fehler mit der kombinierten Traktorstrahlstärke, die wir beheben möchten, bevor wir mit dem beabsichtigten Balancing fortfahren. Wir wollen auch sicherstellen, dass die gesamte Bandbreite der Traktorstrahltypen für Schiffe verfügbar ist. Hier ist eine Übersicht über die maximalen Frachtkistengrößen, die jeder Traktorstrahl zu Fuß in Alpha 324-1 und nach Einführung der verbesserten Funktionalität unterstützen soll. Der LTLS führt einen neuen Typ von Traktorstrahl ein. Werden Schiffe ihn benutzen können? In einer zukünftigen Version planen wir, zusätzliche Schiffstraktorstrahlen bestehender Größen mit der neuen Funktionalität einzuführen. Dies wird es den Spielern ermöglichen, die Traktorstrahlen ihres Schiffes nach ihrem Vorlieben anzupassen.